Moin Moin und Herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Vice 2 Ja, am letzten Part haben wir auf dem Turm des Himmels den Wesperegen gefangen. Heute soll Torboots rankommen oder folgen und schauen wir mal Ich frage mich, wie man diesen Ort hier finden will, aber generell, wenn man überhaupt keine Ahnung hat Torboots, hallo Ah, ich hab Dings ja gar nicht oben, verdammt Egal, müssen wir somit klarkommen Okay, dann braucht es Okay, dann geht es Okay, dann finde ich Ah, das kommt. Ah, das kommt. Ich schon wieder. Ah komm, Atmerei. Ich glaube einmal Blitz könnten wir noch einsetzen, ich glaube so immer so zwischen 5 und 6 Mal. Okay, dann wollen wir dich mal schwächen, Robots. Deine anderen Geschwister warten schon auf dich auf der PC-Box. So eine Fette noch, bitte kein Crit, obwohl es eigentlich auch einen Crit überleben sollte, aber man beißt ja nie. Ein Crit hat es nicht überlebt. Okay, jetzt heißt es Bälle werfen. Und für die ganzen Legendaries bis jetzt haben wir noch nicht mal 100 Finsterbälle verbraucht. Nein, nein, ich habe mich so über den First Strike gefreut. Oder nicht, Tobots? Aua. Achso, Tobots ist vom Typ Psycho. Fähigkeit, Schwebe, Geschlecht unbekannt, Fangrate 3, 1,6%. Ja, genau wie bei den anderen beiden. 30 cm groß, 300 Gramm schwer. Wie sieht es mit den Stats aus? Ah, naja. Spezialangriff und physischerangriff sind mittelmäßig. Ich bin auch nicht wirklich gut. Nein. Finstabelle. Reiki Schmidt ist so ein Sicher-Attack, oder? Reiki Schmidt sind mittelmäßig. Wenn du auch alle fahre integriert hast, ... Ja. In Platin schweben die übrigens random in der Wildnis rum. Außer Vesprit, ich glaube ich nichts. Vesprit kann man only so fangen. Aber die anderen beiden halt nicht. Wie ist denn ein Diamant? Das weiß ich gar nicht. Vielleicht auch so in Diamant. Kann man Turbots fangen und Selfie wiederum in einer anderen Edition? Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht. Sobald er noch einmal backelt mit dem finster Ball, versuchen wir mal einen Hyperball zu werfen. Das war's, was ich, was ich verletze mich, was ich verletze mich. Aua! Ah, Tods macht es mir nicht einfach. Und das tut weh, das tut weh! Wahnsinn! Ein blöder Seher! Also... Ja gut, Tobos hat seine Stats ganz schön erhöht. Nicht reingeschmiert. Ich glaube bis jetzt, zumindest in Weiß 2 hat es noch keinmal zweimal gewackelt. Fällt mir gerade auf. Nur ein oder dreimal. Nur ein oder dreimal. Ja! Da ist es! Wie lange haben wir gebraucht? Oh, noch nicht mal zehn Minuten. Willkommen im Team Tobits Ich danke euch für es reintragen, ihr könnt gerne ein Abo und einender Giants da lassen Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei CRISSELIA Bis dann